Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Ready or Not. Aber da geht es weiter mit einer hoffentlich besseren Mission. Beziehungsweise Fall. Wo nicht unbedingt am Schluss noch zwei Officers sterben müssen, ihr wisst schon. Port Hooken. Hide and Seek. Joint strike operation between Metro SWAT, FBI HRT and ATF. Rainy weather. Your platoon has been tasked with clearing Warehouse 1 and the VOID shipping services facility. Raid barricade suspect. Suspects are highly dangerous, they will not be so easy to give up and your ROE has been loosened as a reason. Prepare for long engagements and a lot of firefights practice well beforehand. Suspects have taken a room of civilians hostage. It's up to you to locate them quietly established. Strategy and execute quickly. The lives of innocent people depend on you. Das hört sich interessant an. Hostage rescue. Port Hooken. Heißt es wahrscheinlich eher. Wie man sieht, habe ich mich etwas ausgerüstet anders. Ausgerüstet oder aufgebessert mit einem Face Protector und dem Barricaded Shield. Heißt es glaube ich. Und ich habe übrigens herausgefunden, dass man das Licht anschaffen kann. Auch sehr gut. Und ich habe übrigens herausgefunden, dass man das Licht anschaffen kann. Auch sehr gut. Hier können wir nichts anderes machen als die Tür aufzukicken. ausgerüstet wird. Hör die Tür und füge die Wohnung. Alles klar, füge das. Auf der Bewegung. Oh shit. Verstehung. Wir sind hier mega offen. Okay, clear. Shield und Taser. Wird jemand mal open that door please? Okay, okay. I got my toolkit here. Okay, Taser ist glaube ich nicht so gut. Aber ja. Done. I'm good to go. Okay, breach. Open, open, clear. Open and clear. Copy that. Moving up. Taser reporting. You failed your objective. Collect what you can. Report to Taser for debrief. Gut. Ja. Ich habe nichts gesagt, dass wir diesmal nicht fehlen würden. Oh man. Gab es jetzt dort auch wieder eine Falle oder was? Ich dachte jetzt eigentlich, weil es Hostage Rescue heißt, dass es hier keine Fallen gibt. Aber da habe ich wohl falsch gedacht. Ja. Ja, nice. Right behind you. Use the mirror. Check the targets. All right, copy that. Ich habe nichts gesagt, dass es hier nicht fehlt. Na, negative. Open the door. Clear it. Roger that, Sir. It's unlocked, Sir. Go, go, go. Okay, clear. Stay on me. Roger, coming to you. Good. So, ist alles clear hier unten? Mirror for contacts. All right, copy that. You can't do that, Sir. Use the wand. Check the targets. Mirror gun ready. No can do. Yeah. That done open and clear. Move in and clear it. Roger that, Sir. Open for business. Moving up. Hands up. Hands up. Hands up. Huh? Believe? White stick out. Okay. I see, I see. On my six. Roger, coming to you. Open, clear, move in and clear it. Roger that. It's open. We're good to go. Watch my six. Okay. 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 Let's go. Okay. Okay. Clear clear on my six all right you got point hätten wir das schon mal schon mal gut und gehen wir noch leute die regeneffekte sind echt nice alles ist nass mir ist das absolut okay dann clear open the door clear it all right roger that it's unlocked sir go 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 shit officer down officer down fucking hell los clear to me von welken jungen 2 fucking leute mit gang und wegen clear the suspect is expired shit Scheiße Scheiße Junge Sei auf, ist das dauernd Doppeln, Chem-Mite Nice, dass das nicht funktioniert Äh Deploy Flashbang Move Clear Absolutely We've got an Officer We've got a big problem Move over there Moving up The suspect has expired Talk to high ground Put your hands up Get down, I want a few hands Cover me Cover please Und jemand schaut hier bitte Unter die Tür Use the mirror Check for targets Got the mirror here Leute, ich bin hauptot Negative Okay Then open, clear Move in and clear it Absolutely Moving up Junge Die sind alle tot Get down on the ground Ich seh nichts Reload Ich hab'n fucking Problem Ich hab'n fucking Problem Schiff Ich hab'n fucking Schiff Ich hab'n fucking Schiff Schiff Ich hab'n fucking Das war Ich hab'n fucking Schiff Lass' Ich hab'n fucking Halte. Kann ich die Tür schließen, bitte? Schließ die fucking Tür. Wir haben hier einen sterben Suspekt. Talk to Element. Äh, Copy Entry 2. Wir haben hier einen sterben Sittling. Also ich möchte nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass ich das Ganze schaffe. Ich bin alleine. Ich glaube nicht, dass ich das Ganze schaffe. Abgeschossen. Jungen, das Game ist so krank. Vor allem schön, dass ich keine Mirror Cam habe, aber gut. Oder wie das Ding heisst. Ich sehe vor allem nichts mehr. Ich kann nicht öffnen, weil ich die Schild schaffe. Junge. Ja, nice. Hands up, do it now. Roger, Entry Team. Das ist die Winnie. Suspekt, DOA. Mir kommt niemand Leben raus. Bei mir kommt niemand Leben raus. Nicht mal unsere Officers. Was soll ich mit dir machen? Ich bin schutzlos. Ich bin schutzlos. Ich habe nichts. Ich sehe ja nichts mit durchs Schild. Und da ist die scheiß Tür offen. Und dann würde ich sagen, ich gehe mal sterben, oder? Alleine das ganze Zeug hier klüren, dreht auf nichts. Ich meine, das Areal hier ist riesig. Okay, safe. Ja, nice. Das gehört auch dazu. Ich glaube, die Mission kann ich jetzt schon ab. Und Flashbangs habe ich auch nur noch ab. Oh, gar keine mehr. Ja, nice. Ja, nice. Dann laufe ich jetzt mal in mein Verdecken rein. Okay, hinter die Tür. Sieht euer Safe aus. Muss aber nichts heissen. Ich versuche um die Ecke zu schauen. Okay, wenn hier jemand wäre, hätte der Typ mich bestimmt schon abgeschossen. Ich bin halb tot. Keine Officers mehr um mich herum. Oh, shit. Ich muss fast. Okay. Locked. Das ist nichts mehr. Kann ich die Tür reinkicken, bitte? Was ist das? Ich versuche die Tür zu schliessen. Junge, mach die Tür auf. Ich versuche die Tür zu schliessen. Das ist Tonk. Das ist Tonk. Das ist Tonk. Das ist Tonk. Ich versuche die Tür zu schliessen. Ich versuche die Tür zu schliessen. Schau auf die Tür. Polizei, Hand auf! Okay, eine Seitentür, die ich vorhin gar nicht gesehen habe. Nice. Mission solved, complete. Aber ich habe eine ganze Halle noch gar nicht durchforstet. Und noch keine Zivilisten freigelassen. Oh Mann. Ich bin so schlecht. Aber die anderen Polizisten sind halt auch schlecht. Ich bin halb tot. Chemway, aus. Die andere Halle gibt es hier noch. Es gibt noch eine ganze Halle hier. Ich bin halb tot. Mission solved, complete. Ich bin halt tot. Okay, sieht safe aus, denn das ist die andere Tür. Das gibt eine schlechte Notrühr. Camelite, aus! Camelite, aus! Wie hat der Sack denn? Camelite, aus! Okay, noch eine Tür, zwei Türen. Junge, Junge. Wenn ich jetzt noch stirbe, dann... Oder war es bloß eine Falle? Okay, sieht aus wie eine scheiß Falle. Ich kann nicht mit einem broken Legs schicken. Fuck. Polizei, Hand auf, Hand auf! Okay. Ist safe. Camelite, aus! So, das Camelite ist durchgefahren. Nice. Das heißt, dass ich nicht... Das heißt, dass ich es nicht minne. Äh... Textur. Okay, noch ein Container. Jüngle. Äh... Äh... âh balanced. okay safe police hands up put your hands up safe hands up drop your knees we need everything safe ok when was that with this mission page up talk to high ground copy that put them on safe and let them hang holy shit 3 officers down in the other mission 2 officers down und das heisst 5 schon weg sie wird ihn killed 3 st friendly fire team kill ups ja gut heidensieg lief wohl nicht so gut shit naja das mit dem äh äh muss ich sagen äh mit dem taser und dem schild lief nicht so gut nehm ich wieder die log long tactical mirror gun breaching shotgun ballistic shield und der ringer er würde ich versuchen beim nächsten mal flashbang door wedges pepper spray C2 Explosives, Flashbangs, Stinger, Gas, aber dann müsste man hier natürlich die Gasmaske nehmen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei ReadyOrNot. Vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal.